Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute im Test, was für die Mädels, der Einhorn-Pups-Vulkan. Ja, meine Freundin wollte ihn wieder haben, war letztes Jahr begeistert von dem Ding, also muss der Freund natürlich als Pyro auch so ein Einhorn-Pups-Vulkan von der Einkaufsdruck mitbringen. Deswegen einmal wieder im Test der Einhorn-Pups-Vulkan. Schweizer Vulkan, Bugano, Schweizer Vulkan. 899 kostet der Spaß, gekauft bei Lidl. Man muss hier diese Kappe abnehmen und dann hat man hier die Anzündschnur. Ja, NEM bei dem Ding liegt bei 250 Gramm. 50 Sekunden Brenndauer, 6 Meter Effekthöhe. So schaut's aus. Silber-Vulkan mit pinken Sternen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wird bestimmt richtig, richtig schön anzusehen und dann geht's jetzt los mit dem Test. Viel Spaß! Weco, Einhorn-Pups-Vulkan. Schöne, pinke Bengal-Basis. Girgten hoch und fl King-Spurz-Vulkan, Schöne, pinke Sterne mit drin, Loth-Lontel von ... Das lohnt sich definitiv für 8,99 Euro. Wahnsinnig schön!